Ich dachte mir, vielleicht willst du die erste Nacht in Freiheit nicht ganz allein verbringen. Sondern mit dir, oder was? Was macht die hier? Alexa hat ihren Vater verloren. Du weißt doch, wie sich das anfühlt. Sie? Oder ich? Stell mich nicht vor diese Wahl. Alexa, warte. Habt ihr wieder Rattenalarm? Ja, so ungefähr. Alexa, Bär. Sie muss einen Komplizen gehabt haben. Dem geht's jetzt an den Kragen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ach ja, das hat mich auch sehr freundlich. Erklär mir das. Und was soll das? Wieso wurde das Handy, das Alexa Berg bei ihrer Verhaftung bei sich trug, von deiner EC-Karte bezahlt? Drieben hier Karte bezahlt und auch ein paar Urteile an. Vielen Dank.